Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Castlevania 2 Simons Quest auf dem NES, die deutsche Übersetzung vom Kabel 158. Er ist wieder mit dabei, der Live-Debugger vor den Herren. Der Kabel, ich grüße ihn. Grüß dich. Und wir müssen jetzt hier ein bisschen weiter. Im letzten sind wir ja hier erst das Schloss fertig gemacht und so. Oh nein, wir gehen raus und es wird dunkel. Das ist schlecht. Da werden wir gleich mal vorspulen und ein paar Gegner. Das werden wir gleich mal verhindern. Die Nacht. Weil wir brauchen Tag jetzt. Wir brauchen jetzt Tag, weil wir haben uns nämlich überlegt, wir haben ein Item vergessen. Und ein Messer. Das vergessene Messer des Todes, das werden wir jetzt holen. Oh, so was wir haben vergessen. Oh, da guck mal, PS laden. Schon wieder so ein blöder Fehler. Ich muss mir das endlich mal merken. Was? Was für ein blöder Fehler? Ein blöder Fehler. Ach so. Ganz blöd. Ach, ja. So, man kann sich noch erinnern. So. Ja, okay. Dann. Ne, nach links. Nach links. Ach so, wir müssen in die erste Stadt. Nein, wir müssen noch... Ach nee, hier war ja noch ein anderes Skopier rein. Neh mich mal an. In das erste, ja. Ach, und da war ja hier die Tür zum Aufbrechen. Ey, guck mal, mit einem Ding zwei. Fühl geil. Hi, Hopi. Extremly geil. Möchtest du du einen Dolch hier? Yes, Baby. Hab ich ihn jetzt gekauft. Komm, get some. Ja, dann machen wir das so mal, ne? Hab ich den jetzt? Halt, select das irgendwie Pause hier bei mir gerade. Da ist der Dolch. Yes. Haben wir gekauft? Jo. Ist denn unendlich? Ja. Cool, das ist immer... Ich meine, das ist zwar ein sinnloses Item. Der geht aber nicht gerade weiter, aber... Ne, das ist zwar... Ne, ja, ist das ein bisschen stärker halt. Gerade für Entfernung und so ist das halt gerade nicht so... Aber im Grunde ist es ein sinnloses Item, aber wir haben es halt. So, jetzt gehen wir hier mal raus. Aus der Stadt. Wir haben ja alles. Weißt du ungefähr, wo wir lang müssen? Ja, ich weiß. Ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Ja. Selbst wenn du es in Wirklichkeit nicht weißt, tust du ja so. Ne, ich weiß... Ich weiß diesmal wirklich... Diesmal weiß ich, wo wir lang müssen. Diesmal weiß ich alles. Und zwar... Aber weißt du noch, in der zweiten Folge... Da hast du doch mit einem... Oder ein nennen oder irgendwie... Ja. Ne, mit der Stadt... Weißt du noch, wie der Satz hieß? Ähm... Einen guten Freund war das zum Beispiel. Ja, einen guten Freund, genau, ja. So, und da hatten wir aber nicht genug Platz. Und davor ist mir aufgefallen... Wir müssen jetzt noch rechts. Ne, ne, stopp, wir müssen noch rechts. Also, ach so, nur mal so zur Richtung, ne? Wir müssen jetzt immer noch rechts erstmal, ne? Dann kommen wir quasi, äh... In das... Warte mal ganz kurz. Also nach rechts muss auf jeden Fall. Ähm... Ey, stopp, du Wiest. Äh. Bin wieder die Suppe gefallen. Wir brauchen auch immer so ein cooles Lorbeerblatt. Lorbeerblatt? Ja, äh, unbedingt. Da kannst du nämlich verlassen, nämlich nichts. Unbedingt. Das müssen wir uns holen, wenn wir das irgendwo sehen. Ich hab doch hier ein Schild. Ey, da hab ich nur das letzte Mal gar nicht dran gedacht, ne? Ja, dieses, dieses Oak, was man gerade, äh, dieses, was man gerade kriegt hat, dieses Draculas Ripp, ja. Also, das Draculas Rippen soll das irgendwie so ein Schild sein, irgendwie. Ach so. Naja, das, das Problem ist, das wurde schon im Englischen, ja, also, äh, Draculas, äh, Oaks Deck, oder so hieß das. Ich nehme mal an, dass wir jetzt hier dran vorbei mussten. An dem wir erst im Schloss dran vorbeilaufen. Was? Ja, genau. Oh, mein Gott, eine ultrageile, geile Scheiße. Da war ein Fledermäuschen. Gut kombiniert, Sherlock. Ach so, du kannst auch unten. Ach so, hast du dich verpassen, wahrscheinlich schon. Ja, genau. Du hättest auch unten lang gelaufen, genau, also, vielleicht. Ja, aber, nee, geil. Brauchen wir nicht, weil, sie haben eh keinen Lobwerb, ja, bleibt nur bloß die Gegendungssport. Wäre ich so richtig, alles okay. Oben lang, unten lang? Ja, oben. Okay. Oh, nein, jetzt kommen wieder die Spinnen. So, jetzt muss man ganz günstig springen, wahrscheinlich. Hm, einfach... Ey, wollen wir schon mal? Ja, ich weiß, wir haben von der Stadt unten rechts rausgegangen, bei einer aus der Stadt, ne? Wir haben aber unten rausgekommen, bei diesen Katakomben. Ach so, was das? Wir sind jetzt im oberen Teil rausgekommen. Und wir müssen aber oben rechts lang. Nur so, nochmal zur Influge. Ey, wir sind voll starke. Ich habe vorher bei denen, glaube ich, zwei oder drei Schläge gebraucht. Ja, weil wir auch, weil wir die Peitsche haben. Was ich jetzt... Ich wollte mal hier drüben nämlich lang gucken, was habe ich das letzte Mal nicht gemacht. Da hast du gesagt, da ist vermutlich ein Buch. Ähm, ja, da ist auch ein Buch klein. Bist du... Ich meine, weißt du noch, was er gesagt hat? Besuch ihn mal? Oder, äh, ja, irgendwie so. Ha, Fatscher Knopf. So, einfach mal gucken. Ne, hier ist ja noch nicht. Ja, du hast, du hast einen guten Freund in der Stadt Albarn oder so. Oh, jetzt ist schon wieder ein Nachteil. Egal. Ich kriege das auch so gebacken, ja. Ich bin voll premium-held-mäßig. Stopp, 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 stopp. Wo bist denn du jetzt? Bleib mal dort. Tu mal das. Ja, genau. Ne, mal das. Tu mal da. Ja. Ich habe schon hingeworfen, da geht nichts auf. Ja, warte mal, Steffel. Bist du? Achso, du bist... Ja, alles klar. Ne, weil du... Weil du du bist. Weil ich so gut bin. Bist du? Ne, du musst hoch. Geh nochmal die Treppen hoch. Ne, da war ich doch schon. Ne, da kommt man rechts lang. Das hast du gar nicht gefeiert, anscheinend. Echt? Oh, Tatsache. Das sieht aus, als ob das zu ist. Tja, das muss sein. Check, check. Einmal speichern, ja. Ja, hui. Geht voll ab. Hab ich gerade die Filter muss abgewertet? Ne, ja. Ne, kann man nicht. Okay. Filter Meus abwähren ist langweilig. Okay, cool. Das ist schön, wenn man merkt, dass man stärker wird. Stopp, geh mal nach links. Warum? Weil du was vergessen hast. Was hab ich denn vergessen? Ja, geh mal da lang. Das ist nämlich das Secret. Achso, du meinst jetzt hier das Ding wegsprengen mit unserem Weihwasser. Was für eine Weihwasser. Ja, genau. Wegsprengen, genau. Du, du es mal wegsprengen. Das ist doch in Wirklichkeit eine Granate. Sind, sind mal die Atombombe. Da musst du jetzt mal so Weihwasser reinhauen. Ja, gleich. Das ist unser fünftes Buch. Und gucken, ob ich ordentlich übersetzt habe. Da brennt was. Ach nee, stimmt. Du kriegst doch die Flamme des Todes. Stimmt. Du entdeckst die heilige Flamme. Cool. Yes, Baby. Aber ich brauche die. Und deckt eingepackt habe ich sie nicht, mal. Und so brauche die. What the fuck. Ja, damit kann man bestimmt Büsche wegbrennen. Nee, das ist, äh, nee, nee. Nicht nur. Damit kannst du gegnerisch böse Ergner. Die bleiben dann in der Flamme stecken. Achso. Das war so, ne? Bei der Weihwasser ist nicht so hilfreich. Okay, das probieren wir mal aus, ja. Die bleiben dann drin stecken und alles tot. Seh? Cool. Sehr unnützliche Waffe gegen Gegner, definitiv. Weil, weil die stehen bleiben müssen. In den Vollwand, die wir gefangen. Also, es ist eigentlich eine Flammenwand, sollte es sein. Die heilige Flamme, äh, des Todes. Ja. Die heilige Flammenwand. Oh, ich bin scheiße. Was bist du? Scheiße. Sag mal ich. Ich hoffe, wir kommen mit demnächst in eine andere Stadt. Stopp, stopp, stopp. Was ist denn hier? Nein, ich bin gleich tot. Zurück, zurück, zurück. Ich bin gleich tot. Dann überlebe einfach. Ich überlebe einfach, sagt er hier. Du musst jetzt, bleib cool, bleib cool. Tut er einfach verstecken irgendwo. Bis Tag ist. Überlebe einfach, bis Tag ist. Egal, was passiert. Bleib einfach hier stehen, wart bis Tag ist und geh nach links unten. Da unten ist ein Buch nämlich. Nach links unten, das Wasser. Vor dem Wasser, genau. Da kannst du ein Buch, da kannst du springen. Was? Kannst du ein Nuke machen. Ich habe jetzt erstmal gesaved. Ja, ich hoffe, das war kein Fehler. Ne, es war kein Fehler, wenn du es jetzt aushältst. So, jetzt gehen wir hier unten. Da, da ist ein Nuke. Ne, die sind jetzt leichter. Sollte jetzt alles kein Thema sein, ne? Weil du musst so zurennst. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Wir laden einfach, laden einfach. Du sollst ja auch das Nuke teilnehmen. Was ist jetzt los? Ich habe doch einen Tag gespeichert. Ne, du hast kurz vor Tag gespeichert. So. Was soll ich nehmen? Nuke? Ich habe das da. Ne, hatte ich ja in der Hand. Ja, da unten. Ja, da. Hier. Dort muss es immer. Da. Äh. Skill beweisen. Jetzt musst du echt skill beweisen. Oh, ich kann hier springen. Dann ist das ja kein Thema. Du kannst doch laufen. Ne, ich dachte, ich dachte, das ist Decke. Äh, das ist jetzt aber... Nein. Nein. Ich habe... Na, okay. Kein Problem. No problem. Guck. Ja, no problem. Egal. Wir haben ja noch erlebt. Skill, skill, skill. Wir kriegen ja auch Leben in der Zeit. Ey, du sollst hier runter? Ja, warte doch mal ab, Mann. Schreib mich nicht an. Ich bin empfindlich. Alter, schwing mal deine Peitsche hier. Kann ja wahr sein. So, hier unten. Ja, da. Du musst dir was hinmachen? Feuer oder Fleisch? Dweiber so. Ja. Das ist ja ein bisschen. Knie am See mit blauem Kristall bis der Boden erscheint. Knie am See mit blauem... Mit dem blauen... Aber dem hat nochmal gepasst. Also ich habe echt... Nee, das klingt schon ein bisschen wie ein Gedicht. Ich habe echt Kompromisse eingehen müssen für diesen Text. Soll ich... Das ist dann hier die Stelle damit gemeint? Nein. Da kommt noch ein See. Das ist eigentlich ein Hinweis. Also ein echter Hinweis. Also Bücher sind ja immer der Wahrheit. Blauem Kristall haben wir aber noch nicht. Ey, guck mal. Ja. Das ist ein Hinweis, wie du ins... Zweite Schloss reinkommst. Weil sonst kommst du gar nicht rein. Willst du mal wieder hier? Nee, nee. Wir sind nicht wieder hier. Wir sind woanders. Okay, dann kriege ich mal noch unten, weil ich da annehme, dass es eine Stadt... Nee, wir sollten mal noch oben bleiben, weil oben ist die Stadt. Echt? Ja. Wo genau? Andersrum. Die müssen ja mal umdrehen, weißt du, wie ich meine? So, ja, okay, ich verstehe das. Und zwar die Stadt... Ja, sieht man kann nicht über das gleiche bauen, ist richtig. Headshot. Hui. Buddha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Alles klar? Ja, Simon macht ja gerade Karate-Unterricht. Ha, ha, ha. Ha, ha. Hui. Boom, Junge. Boom, Junge, boom. This is a city of life. Warte, ich... Geh jetzt halt direkt erstmal in die Kirche. Ich gehe erstmal in die Kirche. Ja, du kannst alles mal anquatschen und so machen. Alles easy going. Wo ist hier die Kirche? Die Kirche ist... Warte, ist sie oben, ey. Die ist schon wieder eine größere Stadt. Das ist so eine Art Hauptstadt. Nee, hier gibt es keine Kirche in der Stadt. Nein. Nein? Nein. Aber ich muss mich doch irgendwie heilen können. Nein. Doch. Geh einfach unten ins erste Ding rein. Sei mal cool und mach's so. Na gut. Sei mal cool und mach's es so. Mach es so. Jetzt hatte ich kurz Angst, dass ich zu früh gesprungen bin. Weiß nicht warum, aber ich habe jetzt schon wieder gerade einen ganz kurzen Framendrop gehabt. Okay. Ich spiele es nicht. Ich nicht. Ich nicht. So. Ja, hier kannst du mal deinen Explosions-Nuke-Teil rausholen. Los Granatos. Ja. Kannst du gleich runtergehen. Hier sieht's mal noch. Also gleich runter. Ich sag dir jetzt diesmal, wenn... Ich weiß nämlich diesmal, wo es ist. Okay, okay. Und diesmal sagst du Bescheid. Alles cool. Alles cool. Was hat denn da tolles, ha? Möchtest du Knoblauch? Knoblauch? Äh... Nee. Und es gibt... Und ich glaube, es gibt eine Stelle, wo wir das einsetzen können. Naja, machen wir erstmal weiter. Ich sag dir das dann schon. Was ist denn jetzt schon wieder hier unten? Ach, das ist ein anderer. Ja, das ist ein anderer. Ja, ja. Äh, für alle Zuschauer, die das mal interessiert, ja. Ihr könnt mich auf Facebook hinzufügen. Äh, hinzufügen. Auf Facebook liken. Ja. Für alle, die es doch mehr interessiert, der Kehlbild, der sieht jetzt hier das ganze Bild ein bisschen versetzt und ruckelnd, leider. Ja, ja, ja. Weil es ist nie anders möglich. Ja, genau. Draculas Auge. Ach, nee, es ist eine Frau bestimmt. Draculas Auge deckt alle Früchte auf. Was? Flüche. Flüche. Und die Früchte aber auch. Lecker Pfirsich. Okay. Draculas Auge, ja, genau. Draculas Auge macht nämlich, ähm... Alles sichtbar. Sozusagen. Aber kriegen wir das überhaupt, das Draculas Auge? Ich weiß es nicht so genau. Bin wir gerade überhaupt nicht zu schauen? Weil... Oh Gott, hier komme ich jetzt hier hoch. Ach. Okay, ich kann mich einfach durchglitschen. Glitsch. Glitsch. Ja, jetzt ist geglitscht. Juhu. Oh, mal zwischen euch speichern. Ich bin mir immer noch nicht sicher, welche Knüpfe ich dafür drücken muss. So, safe. Hä? Jetzt hatte ich es gerade geruggelt. Ich würde dies, äh, tunlichst zu verzeihen. Oh ja, wir kriegen Draculas Auge. Ach. Draculas Auge. Draculas Auge, Mensch. Hätte man doch mal selber drauf kommen können. Äh, Draculas Auge. Und dann sehen wir, äh... Achso. Äh, warte mal, bist du... Oh, nee, scheiße. Verdammter Drecksmist. Was? Bist du... Ach, du bist doch dort, ne? Wunderbar. Nee, 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 nee. Ich bin jetzt nicht mal bei der Oma. Hä? Äh, tu mal hier, tu mal hier, 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 hier. Tu mal ein Nuke machen. Geht da was? Da geht was auf. Aber da ist nichts. Nein! Mist. Wir müssen noch mal zu der Oma. Ja, können wir gleich machen. Okay. Das ist aber jetzt eine Abkürzung. Genau, und dann tu mal bei der Oma da, wo ich jetzt gerade gezeigt habe, sieht ja im Grunde genau so aus. Tu mal dort was kaputt machen. Möchtest du Lorbeeren? Oh, ja. Oh, ja. Da können wir uns kaufen. Sie haben nicht genug Geld. Oh, nein. Jetzt habe ich zwei Lorbeeren. Was heißt das? Ja, äh, zwei Lorbeeren kannst du nehmen. Ja, aber wie setze ich die ein? Oder werden die alleine eingesetzt? Und warum sind das noch zwei und nicht unendlich? Ja, das wäre schön, ne? Aber nee, du kannst dann... Also kann ich zweimal in die Lava hüpfen? Nein. Du hast dann von mir wegen zehn Sekunden und kannst bis geschützt, dann weißt du? Achso. Geh doch mal jetzt mal irgendwann, ne? War schon eine flichtere Nacht. Ach nein, das ist eine Nachtarm, ne? Tu wieder vorstuhl. Ja, ich weiß, das ist voll mit... Das ist der Vorteil, wenn man einen Emulator benutzt. Emulator. Emulator. Zack. Für Kinder war das dann früher bestimmt auch schon das Zeichen. So, Nacht fängt an, jetzt geh ich ja noch auf. Naja, da könntest du quasi die Herzenformen, das ist ja nicht so schlimm, ne? Das stimmt. Also es hat auch schon seinen Sinn, ja. Das macht nicht nur schwer, das macht auch gut. Auf jeden Fall. Weil was dich nicht umbringt, macht dich stark. Yes, yes, yes. So, jetzt gehen wir da runter und dann tun wir da das Weg machen. Aber ich guck mal nicht, dass es hier ist. Ach, da ist es. Da war ein Buch. Am Ende vom Deboracliff ist ein Zigeuner mit Diamantchen. Uh. Cute. Da könnte wichtig sein. Gut, jetzt gehen wir da runter. War das das Buch, was du meintest? Ja, das war das Buch. Ich dachte, dass es noch ein zweites Buch ist. Nein, nein, nein. Nein, das ist das Buch in der ganzen Stadt. Das ist das Stadtbuch. Das Stadtbuch. Siehst du, das ist überhaupt ein Trick hier bei dem Spiel, wenn du irgendwo runterfällst, also so ein Abgrund ist, wo du runter musst, dann nicht runterfallen lassen, sondern runterspringen, weil Simon hält nämlich an, wenn da Klippen runterfällt, der Idiot. Du mal, es sieht aus, als ob wir es sein können. Vielleicht zählt er ja auch ein Buch für Wohnen, für was das Knoblauch gut ist. Hinweise zu Draculas Rätsel sind im Veroswald. Im Veroswald. Ach so, ja. Ich dachte jetzt, das war ein Schreibfehler, aber der Wald heißt ja Veros. Ja, ja, Veroswald. Okay. Rover Villa bringt einen Tipp zu Draculas Rätsel. Birgt. Das ist wieder so einen. Birgt, nicht bringt. Ach, birgt. Aber es ist trotzdem einen, einen Tipp. Rover Villa bringt einen Tipp zu Draculas Rätsel. Also das könntest du dir auch nochmal notieren. Warte mal. Ach so, wegen dem einen, konnte ich das sagen. Das ging definitiv platztechnisch nicht. Ich hatte keinen Platz mehr, da einen draus zu machen. Du musst noch Platz. Du könntest Platz. Also da ist von der Breite zumindest Platz. Das ist jetzt natürlich die Frage, ist auch ein Rumpplatz. Genau. Da gucke ich jetzt mal, Rob. Rump, schau ich gleich mal rein. Lohbeeren schützt mich im Sumpf vor Vergiftung. Ja, das haben wir schon mitgekriegt, so irgendwie. Der Total Floss wartet auf das Ende des Fluches. Ah, kann ich nichts mit anfangen? Die Frau erzählt Quatsch. Was hat er gesagt? Veroswald? Wo hast du gesagt? Rogos Villa. Ja, das gibt mehr Ruhe, das ist das andere. Also, sprich im Alter mit dem Priester, um dich zu heilen. Ne, wie wartet das jetzt? Ist das jetzt hier der Opie? Lobern Opie ist das hier? Lobern Opie. Lobern Opie. Alles klar, Babi. Es geht los, Mann. So, Rover Villa. Wirkt ein Tipp zu Dracula's Rätsel. Wirkt. Wirkt ein Tipp. Wirkt ein Tipp zu... Na ja, na ja, na ja. Mal kleiner Moment, ja. Ja, lass dir Zeit. Wir sind ja mit dem Part eigentlich auch schon gerade durch, aber ich will jetzt immer noch die Stadt ein bisschen weiter erkunden, noch schnell. Bevor wir den Part beenden, das haben die Zuschauer sicherlich schon mitbekommen. Sprich in... Sprich. Sprich in Alter mit dem Priester mit 200. Oh. Achso. Ich tausche deinen Weißen gegen deinen... Du hast aber ein Problem mit deinen und deinem. Und einen und einen. Ich tausche deinen Weißen gegen deinen... Was? Nein. Du hast dich da total verschrieben. Ich tausche deinen Weißen gegen deinen blauen Kristall. Steht dort. Müsste aber heißen, ich tausche deinen Weißen gegen meinen blauen Kristall. Ähm, ja, also erstmal kann ich jetzt sagen hier, und zwar Roba, Villa, Birk, ein Tipp zu. Äh, ging nicht anders. Also da habe ich platzmäßig auch gar nichts zu Hause hingekriegt. Das geht nicht. Aber jetzt können wir weitergucken, nämlich was wir uns nicht setzen. Du hier, ich tausche. Da müsste ein D mit M getauscht werden. Na, warte mal kurz. Äh, das kann ich jetzt gleich machen. Tausch. Ich tausche deinen... Ja, hier ist es. Den blauen gegen den roten. Was? Tausche. Tausche. Den blauen. Ich tausche deinen Weißen gegen deinen blauen. Ah ja, genau. Jetzt habe ich es. So. Ja, vielleicht könntest du statt deinen einfach auch den schreiben. Ich tausche den Weißen gegen den blauen Kristall. Klingt auch gut. Warte, 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 warte. Haben wir es gleich. Du musst einfach die beiden E's weg. So viel Zeit muss sein. Ähm. Alter, das ist voll der Haar in mir, der hinter mir herrennt. So, also, ich tausche, hast du gesagt. Das ist schon mal voll. Dein Weißen, ne, auch voll. Gegen deinen blauen. Auch voll. Kristall. Ja, ja. Warte, Clement. Jetzt habe ich ja noch das nächste. Ende. Ich habe ja... Mach einfach, mach einfach statt deinen, nimm einfach den. Ich tausche den Weißen Kristall gegen den blauen Kristall. Fertig. Klingt gut. Schmeckt gut. Ist gut. Das könnte gehen, ja. Warte mal, du hast recht, warte mal. Das könnte ich wirklich machen. Was? Ich tausche den Weißen Kristall gegen den blauen Kristall. Ich tausche den. Also, da steht da zweimal dein. Und statt die dein, hast du einfach die E's weg. Warte mal, ich tausche den mit ein Ende. Den, ja. Mit ein Ende. Den Weißen. Warte mal kurz, ich tausche den Weißen. Den Weißen. Klammett. Weißen. So Leute, ich verabschiede mich schon mal von euch. Wir werden jetzt hier die Aufnahme an der Stelle unterbrechen, weil... Jo, ich schuhe jetzt mal editieren und im nächsten Video, dann sag mir dir, ob es dann geklappt. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, Leute. Abonniert mich gerne auf Facebook, abonniert mich hier auf YouTube auf jeden Fall. Wenn ihr weiter so geil ein Stuff sehen wollt, ist das sehr vorteilhaft für euch. Genau. Bist du Bescheid? Macht's also gut. Bis dahin und tschau'sen. Ich hab das gemacht jetzt, ne? Perfekto. Also, ich tausche den Weißen gegen den... Sag jetzt mal tschüss. Tschüss. Tschüss.